Okay, weiter kann es gehen in meinem Let's Play, dann war ja die Angel of Darkness. Ähm, dieser Hebel ist eigentlich unnötig zu drücken, weil... Ähm, das fällt mir grad ein. Weil... Egal, dann versichern wir später noch einmal. Ähm, weil dieser Hebel bringt uns nämlich zu einer... Zu einer... Zu einer Uhr... Äh, zu einer Uhr. Genau, zu einer Uhr. Genau, die bringt uns zu einer... Zu einer Uhr. Ähm, logisch eigentlich, oder? Nee. Weiß ich nicht, allerdings nicht logisch. Egal. Egal. Ähm, und zwar... Dieser Hebel beträgt sich eine Tür und die ist zeitgestört. Und das habe ich jetzt total missachtet. Eins, zwei, drei. Ähm, ja. Und wen hat das denn jetzt interessiert, dass du jetzt mehr Kraft hast? Also dieser Sprung ist wirklich wichtig. Hab mehr Kraft in den Ballen. Okay. Hä, 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 okay. Weil man muss nämlich diesen Sprung schaffen, ähm, für den Hebel, was wir schon betätigt haben, was sich eigentlich nicht gelohnt hat. Weil man muss den... Weil man muss den sowieso jetzt noch einmal betätigen. Also wir haben uns eigentlich doppelte, ähm, Arbeit gemacht. Und hier liegt ein großes Medipack. Das wir für den Endkampf gebrauchen können, wenn es jetzt endlich aufheben würde. Dankeschön. So. So. Jetzt kommen wir dahin, wo dieser zweite Hebel ist. Die Tür ist jetzt natürlich schon zu. Das heißt, nochmal betätigen. Dieser Sprung, was uns jetzt erwartet, ist nicht einfach. Und zwar, in dem Sprung geht es darum, dass ihr, dass man, wie auch immer, hüpfen, darüber hüpfen muss, sprinten muss, nicht, wieder springen muss, sprinten, springen, sprinten und springen und durch die Tür. Also es muss, man muss wirklich schnell sein. Okay, zieh dir schnell. Ja, ich muss das Video nicht andauernd sehen. Okay, ich hoffe, ich schaffe es auf dem ersten Mal. Ah, Lara, du nervst, bitte. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Ja, 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 ja. Mist, sie ist nicht abgespült. Habt ihr gesehen, wie komisch die gesprungen ist? Aber wir haben ja gespeichert. Ne? Das heißt, wir können da laden und das nochmal versuchen. Und diesmal hören wir uns erst den Spruch an, den sie bringt. Genau. Teil oder so. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Vielleicht schaffe ich den Sprung. Okay. Sie hat jetzt mehr Kraft in den Beinen. Vielleicht schafft sie den Sprung. Schön. Schön für dich, Lara. Betätigen wir den Hebel, rufen sofort das Menü auf unter der Videosequenz und speichern nochmal ab, damit wir das nicht andauernd sehen müssen, weil es ist ätzend. Ätzend. Okay. Jetzt ist es wichtig, wieder Anlauf zu holen. Ja. Und jetzt wisst ihr da rüber springen. Darüber. Eins, zwei, drei. So. Nächster Sprung. Auch Wagen normal. Und jetzt... Sieht ihr? Jetzt ist das Tor zu... Wird doch nicht. Moment. Ich hasse diesen Sprung. Ich meine, wer denkt sich bitte sowas aus? Im Rennen zu springen. Okay. Okay. Einfach nicht aufregen und nochmal machen. Eins, zwei, drei. Oh, sch. So. Am besten pixelgenau wieder hinstellen, wie immer. Lara. Wie wär's mit Hüpfen? Egal. 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 Einfach nicht aufregen. Das schaffen wir. Irgendwann mal schon. Das Schlimme einfach an dem Sprung ist, wenn sie nicht losrennt. Und wenn sie dann nicht losrennt und sie springt dann... Oder wenn sie losrennt und sie springt nicht, dann hast du sowieso verloren. Rennst sie jetzt aber nicht los und sie springt, hast du auch verloren. Also du musst wirklich beides gemeinsam schaffen und das ist pure Konzentration. Ganz ehrlich. Auch ich schaffe sie nicht immer auf dem ersten Mal. Ja genau, Lara. Hüpfen wir einfach daneben. Das haben wir ja noch nie gehabt. Jetzt müssen wir das auch noch machen. Genau. Mann. Egal. Ich hab ja noch Zeit. Und eigentlich müsste ich es bald schaffen, dieses Spiel zu beenden. Weil lange geht es nicht mehr. Es geht nicht mehr lange. Der Endkampf ist ziemlich einfach. Finde ich jetzt persönlich. Tür. Genau. Fallen wir einfach nochmal da runter. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Mann. Dieser blöde Foffe-Effekt. Echt. Weil wenn ich das einfach so spiele für mich allein, passiert mir das nie. Aber... Foffe-Effekt. Egal. Ja, Tür. Ich weiß Bescheid langsam. Ich weiß Bescheid, ne? Ich weiß Bescheid. Ich bin ausgereift mit dir. So. Jetzt da. Lara, warum hüpfst du nicht? Du machst mich foxig. Einfach nur foxig. Wie es ja einen einfach nur foxig machen kann. Ich wollte das in diesem Video noch schaffen. Okay. Wenn Lara mitspielt, schaffen wir es in diesem Teil. Diesen scheiß Sprung. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Wenn ich mich nicht hinklemmen. Nein. Vergiss das. Vergiss das einfach. Also es bleibt einem wirklich nichts anderes übrig, als hier rüber zu springen. Und das auch mit Anlauf. Und da mir das jetzt so blöd ist, andauern die gleiche Sprung. Wie gut, wie gut, dass ich die Gentasse gedrückt habe. Nochmal zu versuchen, werde ich jetzt nochmal speichern. Auf einem anderen Pool. Vielleicht auf dem ersten. Genau. Einfach auf dem ersten. Der erste ist immer gut und... Keine Ahnung. Mann. Egal. Der erste ist immer gut und hält besser. Okay. Ja. Einfach nur. Ja. Aber warum ist jetzt das Tor zu? Ich hasse solche Rätsel. Ähm. Ja. Also der Weg wäre zu lang für die Tür. Eindeutig. Aber ich glaube, ich weiß gerade, was das Problem ist. Was wir falsch gemacht haben. Boah. Laren, du machst nicht, Kirre. Du machst nicht einfach sowas und Kirre gerade. Weil. Laden wir das Spiel. Einfach neu. Laden wir es neu. Versuchen wir diesen Scheißsprung. Einfach im nächsten Teil. Besser. Besser so. Eindeutig. Okay. Im nächsten Teil haut es dann bestimmt wieder hin. Wetten. Machen wir einfach hier Pause. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann.